Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Jack ist angetreten, das Erbe seines Vaters zu übernehmen. Was er nicht ahnt, sein Erbe ist weitaus größer als die teils verstaubten Bände des väterlichen Buchladens. Jack de Veroe ist auserkoren, das Lebenswerk seines Vaters fortzuführen. Der ewige Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Im Gespräch sind heute die Autorin Xenia Jungwirth, der Produzent der Reihe Florian Jungwirth, sowie einer der beiden Komponisten und Sounddesigner der Serie Florian Faltermeier. Hallo, schön euch hier im Studio zu haben. Ja, gemeinsam wollen wir einen Einblick in die Entstehung dieses Hörerlebnisses geben und versuchen, der Faszination Jack de Veroe auf die Spur zu kommen. Also beginnen wir mit Xenia Jungwirth, der Autorin. Schön, dass Sie bei uns hier sind. Herzlich willkommen. Wir haben ein paar Fragen an Sie und wir sind sehr gespannt, was Sie uns erzählen werden. Xenia, seit wann schreiben Sie Geschichten? Jetzt muss ich nachdenken. Moment, ähm, mein Sohn ist, der wird acht. Dann schreibe ich seit fünf Jahren tatsächlich regelmäßig Geschichten. Und angefangen, mir Sachen auszudenken, habe ich dann tatsächlich aber schon viel früher als Kind. Ich war eins von diesen typischen Kindern mit viel zu viel Fantasie im Kopf, die sich auch gern ablenken lassen und nicht die Sachen machen, die sie machen sollen und dafür mit irgendwelchen Elfen und Drachen im Hobbitreich rumgehöpft sind. Zumindest in der Fantasie. Ja. Was hat Sie da eigentlich zu diesen Fantasy-Abenteuern inspiriert? Also ich habe schon immer gerne jegliche Art von Geschichten gehört. Und Geschichten mit fantastischem Hintergrund besonders gern. Ich weiß nicht, wie oft meine Mama mir irgendwelche Märchen hat vorlesen, erzählen müssen, sämtliche Sagen, Legenden. Es ist einfach eine Welt, die ein bisschen anders ist als unsere Welt. Man kann da so schön eintauchen und sich die dann, gerade wenn man selber schreibt, auch so formen, wie man sie gerne hätte. Wenn ich sage, bei mir wachsen blaue Bäume mit blauen Blättern, dann gibt es das auch. Und muss ich nicht aufpassen, ob dann hier tatsächlich irgendwo im Urwald ein Baum rumsteht, der dann auch so aussieht. Was charakterisiert aus Ihrer Sicht eigentlich einen guten Autor? Haben Sie so etwas wie eine Leitfigur, also jemanden, an dem Sie sich selbst orientiert haben? Also einen guten Autor, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist für mich jemand, der es schafft, mit seiner Geschichte mich vergessen zu lassen, dass ich mich in einer Geschichte befinde. Wenn man es jetzt mal vielleicht bildlich mit dem Kinosaal vergleichen will, wenn ich im Kino sitze und mir den Film angucke und vergesse, dass ich mit anderen, hundert anderen Leuten im Saal sitze, neben mir links und rechts die Notausgangsschilder, sondern mich total auf die Geschichte konzentrieren kann. Und das Gefühl, wenn ich beim Buch habe, dann ist es für mich ein guter Autor. Und das spielt keine Rolle, welche Genre das ist, ob das Männlein oder Weiblein geschrieben hat. Und das ist auch das, was ich gerne machen möchte, dieses absolute Kopfkino. Also es gibt tatsächlich mehrere Autoren, die ich sehr gern gelesen habe und auch wirklich sehr viel von denen gelesen habe. Das ging los mit, in meiner Jugendzeit, auch so der erste Autor in Richtung Fantasy war Wolfgang Hohlbein, Wolfgang und Heike Hohlbein, um genau zu sein. Die haben eine Reihe von Fantasy-Jugendbüchern geschrieben, die mir super gut gefallen haben. Da konnte man eintauchen in diese Welt. Die haben also genau das, was mir bei einem Buch gut gefällt, super hinbekommen. Später bin ich dann mehr zu englischsprachigen Autoren übergegangen, weil mir bei der englischen Sprache diese Direktheit besser gefällt. Ich habe, glaube ich, fast alles von Agatha Christie gelesen, ganz viel Mary Higgins Clark. Von den neueren Autoren Dan Brown habe ich verschlungen. Und zuletzt vielleicht noch J.K. Rowling natürlich, die darf man nicht vergessen. Und besonders vielleicht die Janet Ivanovic, die hat so eine bestimmte Art zu schreiben. Die hat Figuren, die so richtig schön normal sind. Die haben ihre Fehler und ihre Macken und die sind so liebenswert. Und das ist sicherlich ein Einfluss bei meiner Schreiberei. Wann und wie hatten Sie die Idee zur Serie Jack Debrero und war es von Anfang an als Serie geplant? Das ist wirklich eine gute Frage. Es war eigentlich mehr die Idee von meinem Mann. Ich habe zu dem Zeitpunkt an einer anderen Serie gearbeitet. Das war eine Fantasy-Serie, die als Zielgruppe hauptsächlich Frauen gehabt hat. Mit einer stärkeren Romantik-Komponente. Und mein Mann hat dann gemeint, ja, das ist ja schön und gut. Möchtest du nicht mal was schreiben, was vielleicht auch Männer interessant finden könnten? Also weniger Liebeskram, mehr düster und gruselig. Und dann habe ich gemeint, ja klar, das klingt doch super. Und wenn man bei Fantasy und düster, irgendwie landet man dann ja, glaube ich, doch automatisch bei Dämonen. Und damit gab es dann einen Dämonenjäger. Haben Sie einen Lieblingsplatz zum Schreiben oder gibt es bestimmte Rituale, die Sie für das Entstehen Ihrer Geschichten brauchen? Ja, davor habe ich mich gefürchtet. Das ist nämlich tatsächlich so. Ich wünschte, es wäre so, dass ich an meinem schön aufgeräumten Schreibtisch sitze und dann drei Stunden, vier Stunden, acht Stunden schön schreibe und dann kommt eine Wahnsinnsgeschichte raus. Ist aber in der Realität anders. Es geht schon mal los, dass ich ganz dringend bequeme Klamotten brauche. Ich kann nicht schreiben, wenn ich das Gefühl habe, da drückt und zwickt irgendwas. Dann darf ich nichts um mich rum haben, was mich irgendwie ablenkt. Das reicht von irgendwelches Bastelmaterial, das vom Vortag noch da liegt oder Sofakissen, die nicht in Reihe und Glied stehen. Also ich muss eine Grundordnung schaffen. Und dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben und habe festgestellt, länger als eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück schreibe ich nicht. Dann muss ich aufstehen und rumgehen und nachdenken und mich auf die nächste Szene vorbereiten. Und dann erst kann ich mich wieder konzentriert an den Rechner setzen. Können Sie sich mit einer Ihrer Figuren identifizieren? Welche persönlichen Charaktereigenschaften finden sich eventuell in Jack DeRereau selbst oder auch in einer der anderen Figuren wieder? Also grundsätzlich kann ich mich mit jeder meiner Figuren identifizieren, weil ich die Figuren nur dann glaubhaft vermitteln kann an den Leser, wenn ich mich reinfühle und mich reindenke in ihre Gedanken, ihre Motivation, ihre Gefühle. Natürlich gibt es Figuren, die mir ein bisschen näher sind von den Eigenarten her als andere. Speziell jetzt bei Jack und Emma ist es tatsächlich so, das kann ich gar nicht so leicht beantworten. Denn Emma hat schon sehr viel von mir, dieses Pflichtbewusstsein, das wird jetzt gescheit gemacht und das machen wir sofort und jetzt schlampt er nicht rum. Das kenne ich schon auch von mir, was Arbeit betrifft. Also da versuche ich wirklich sorgfältig zu arbeiten und das auch gut zu machen. Wenn es jetzt so um persönliche, private Sachen geht, dann schalte ich auch schon mal ziemlich schnell in den Jack DeRereau-Modus und denke mir, ach ja, das muss man ja jetzt nicht heute machen und das passt schon so. Also so wie es ist, man muss mir jetzt gar nicht viel dran ändern. Auch so zu Schulzeiten, also wenn ich an meine Schulaufbahn zurückdenke, glaube ich, hätten der Jack und ich in der Klasse nebeneinander gesessen. Xenia, wie gehen Sie denn mit Kritiken Ihrer Bücher um? Interessiert Sie das? Ja, auf alle Fälle. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist ja im Prinzip das Feedback, was ich von meinen Lesern bekomme. Und ich freue mich natürlich über positives Feedback mehr, wahrscheinlich verständlich, als über negative oder eben Kritik. Aber es ist genauso wichtig, weil ich möchte ja wissen, wie ich meine Geschichten vielleicht in Zukunft noch besser machen kann. Und ich habe ja als Autor einen ganz anderen Hintergrund, ein ganz anderes Hintergrundwissen. Das heißt, für mich sind Dinge vielleicht viel klarer und einfacher zu verstehen, wo dann der Leser eventuell Probleme hat und dann eben in einer Rezension schreiben kann, ja, das und das war mir nicht so klar, das war nicht stimmig oder so. Und dann gucke ich mir das natürlich an und behalte es im Hinterkopf für die nächsten Texte, die ich schreibe. Womit ich nicht so viel anfangen kann, das sind so kurz und knapp, sagen wir es mal auf schön bayerisch, so ein Schmarrn. Ja, da kann ich nicht ansetzen, da weiß ich nicht, was dann schiefgelaufen ist. Was lesen Sie denn privat? Hören Sie eventuell selbst auch Hörbücher und wenn ja, welche? Also es ist tatsächlich so, dass als ich angefangen habe, Professione zu schreiben, musste ich mehr oder weniger aufhören zu lesen, weil mich die Bücher zu stark beeinflusst haben. Jetzt gar nicht unbedingt bewusst, dass ich gesagt habe, ich analysiere jetzt bis ins letzte Detail, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut an dem und dem Autor, sondern ich habe das übernommen. Und das war dann zum Teil so, dass sich meine Texte gar nicht mehr so wie meine Texte angefühlt haben. Und dann habe ich für mich eben beschlossen, okay, dann lasse ich das mal und hole mir dann meinen Geschichtenbedarf lieber über einen anderen Weg. Und ich höre tatsächlich sehr gerne Hörbücher, Hörspiele, Krimis, alles, was in irgendeiner Form mit Sherlock Holmes zu tun hat zum Beispiel. Auch Fantasy-Sachen, was mich halt interessiert, da höre ich rein. Und wenn es eine Serie ist und die gefällt mir, dann bleibe ich auch gern dabei. Können Sie uns schon verraten, wie es mit der Serie weitergeht? Ja, das ist auch eine gute Frage. Nein, also was ich verraten kann, ist, dass ich derzeit an der zweiten Staffel arbeite. Ich schreibe an dem aktuell gerade siebten Teil, habe ganz viele Ideen und ganz viele Aspekte, die ich unterbringen möchte. Ich möchte in der zweiten Staffel so ein bisschen Anschluss an Punkte finden, die ich in der ersten Staffel so, so kleine Fährten, die ich gelegt habe, wo ich dann das erklären möchte. Warum ist das eigentlich so? Warum handelt der Jack so? Und was ist in seiner Vergangenheit passiert? Dass man ihn noch besser versteht, dass er noch ein bisschen echter wirkt. Ja, besten Dank, Xenia. Und auch einer der Produzenten von Jack Derereau ist hier bei uns, und zwar Florian Jungwirth. Sie sind ja der Ehemann von Xenia. Herzlich willkommen hier. Ich freue mich auf das Gespräch. Florian, was sind denn die Aufgaben eines Produzenten von Hörbüchern? Also meine Aufgabe als Produzent ist, dafür zu sorgen, dass alle im Team zur rechten Zeit das nötige Material bekommen. Und dass wir eben unsere gesamte Erfahrung nutzen, um ein einzigartiges Hörerlebnis abzuliefern. Im Endeffekt sind auch Marketing und PR von mir abhängig, weil ich die entsprechenden Stellen mit Informationen versorge und auch die Materialien liefere. Wie müssen sich die Jack Derereau-Fans eigentlich den Ablauf so einer Hörbuchproduktion vorstellen? Also am Anfang gibt es eine Besprechung mit allen Beteiligten, also Regisseur, Autorin, Aufnahmeleitung, Tonmeister, Komponisten. Und wir besprechen dann alle unsere Ideen und gehen bestimmte Stellen durch. Und ja, dann geht es in die Aufnahme und anschließend wird vertont und eben Soundeffekte und Musik hinzugefügt. Was ist das Schwierigste an einer Hörbuchproduktion? Das Schwierigste? Also ich glaube, von Schwierigkeiten kann man gar nicht so sprechen, sondern eher von Herausforderungen. Also bei den Produktionen von Aurelia ist es uns wichtig, dass wir ein mitreißendes Klangerlebnis bieten und dass es sich eben von anderen Hörbüchern unterscheidet. Also eben eine hochwertige klangtechnische Umsetzung, tolle Filmmusik, raffinierte Soundeffekte und Atmosphären, die ein buntes Kopfkino entstehen lassen. Und am Anfang musste man eben ein bisschen experimentieren, bis wir zu dem Ergebnis gekommen sind, so wie wir uns das vorstellen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt und mit den Produktionen sind wir mehr als glücklich. Was finden Sie an Ihrem Beruf besonders spannend? Also es ist toll, mit so einem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Jeder ist motiviert und hat Spaß am Projekt und das merkt man auch am Ergebnis. Und das ist schon immer spannend und toll, wenn man dann zur finalen Abnahme im Studio ist und sich die komplette Produktion anhört. Das ist schon immer ein tolles Erlebnis. Hervorzugen Sie selber Hörbücher oder lesen Sie lieber? Ich höre lieber, weil ich bei Hörspielen und Hörbüchern mir natürlich auch Ideen hole. Und ich kann mich nicht so aufs Lesen konzentrieren. Ich mache mir dann immer gleich Gedanken, wer muss das sprechen und wie muss das klingen und wie ist der Soundtrack dazu? Ja, besten Dank Florian. Und unser letzter Gesprächspartner aus dem Jack Devereux-Team ist einer der Komponisten und Sounddesigner der Serie. Herzlich willkommen hier bei uns, Florian Faltermeier. Sie sind mit Ihrem Kollegen Alexander Meister für die Musik und das Sounddesign dieser Serie verantwortlich. Richtig. Grüß Sie. Grüß Sie, hallo. Wie muss ich mir die Arbeit eines Sounddesigners vorstellen? Ist es eher ein technischer oder ein kreativer Beruf? Größtenteils würde ich sagen, ist es eigentlich ein kreativer Beruf, weil die Technik ist da im Endeffekt zweitrangig. Und man konzentriert sich halt generell wirklich nur auf, wie gesagt, das Sounddesign und wie muss was klingen und warum klingt das jetzt so und was packe ich da jetzt an die Stelle hin. Also von daher ist das eher ein kreativer Bereich. Was für eine Ausbildung braucht man, um Tonmeister zu werden? Auf der SAE in München habe ich Tonmeister gelernt. Und das ging zwei Jahre, ging das Studium. Und danach bin ich natürlich in sämtliche Studios reingehüpft und habe halt dann Erfahrung gesammelt. Und der Rest ist dann learning by doing und sich mit den Leuten und Kollegen halt einfach gutzustellen, auf jeden Fall. Gab es in Sachen Sounddesign eine oder mehrere Leitfiguren, die Sie geprägt haben? Und wenn ja, wodurch? Was für mich einer der, ich glaube, Pioniere des Sounddesigns ist Ben Bird, der zum Beispiel Star Wars gemacht hat. Das ist somit einer der super, super Sounddesigner. Und natürlich jetzt, wenn wir auch in unserem Bereich sind vom Hörbuch, ist natürlich allen voran die Heike-Diene-Körting, die die drei Fragezeichen auch macht. Das ist, glaube ich, so, das sind so die Idole und die Pioniere des Sounddesigns. Braucht man als Sounddesigner heute noch einen Geräuschermacher oder nur noch Computerprogramme? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich sage jetzt mal, beim Film bietet es sich natürlich auf jeden Fall an, dass man einen Geräuschermacher dabei hat, weil es erstens mal schneller geht und weil es einfach besser klingt, weil es handgemacht ist. Und wobei auch größtenteils natürlich für sämtliche Special Effects, was auch immer, was man braucht, sich natürlich dann diverse Softwaregeschichten, sämtliche Sounds, die man sich dann selber zusammenbasteln kann und auch aus, ich sage jetzt mal, preislichen Gründen, wenn man sich keinen Geräuschermacher leisten kann, dann bietet sich das natürlich an, dass man dann eine Software nimmt und sich dann die Sounds selber zusammenbastelt. Was bevorzugen Sie selbst? Mehr analoge oder digitale Sounds? Ich würde sagen, es ist 50-50, wobei eigentlich, ja, eigentlich sind die analogen Sounds natürlich viel lässiger. Also es ist halt einfach authentischer und echter klingt und die ganzen Digital-Sachen sind ja eigentlich bloß Kopien, die sich ja eigentlich durch den alten Synthies und alles Mögliche alles abkupfern oder nachgebaut sind. Und der Analog-Sound ist natürlich, ja, da kann man eigentlich nichts dazu sagen. Es gibt halt nichts Vergleichliches, Vergleichbares, Vergleichbares, genau. Und, ja, also, aber wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall der Analog-Fan. Bekommen Sie die Bücher zur Lektüre vorab zum Lesen oder hören Sie die Bücher erst beim Einsprechen hier im Studium? Bei uns war das so, nachdem die Aufteilung mit dem Alexander Meister, der hat die Aufnahmen gemacht und hat dann im Endeffekt, wenn er es geschafft hat, zeitlich, je nachdem wie es sich ausgegangen ist, hat er dann auch gleich die Geschichten auch selber geschnitten. Und ich saß hinten im Schnittraum und habe dann eigentlich schon die fertige Schnittfassung bekommen vom Alex. Da war die Stimme, die ganze Sprache, alles schon perfekt zusammengeschnitten. Und das war eigentlich recht praktisch für mich, weil ich mich dann eigentlich nur noch auf die Sounds konzentrieren konnte und musste nicht mehr groß irgendwie rumschneiden in der Sprache. Und von daher habe ich eigentlich davor das Buch gar nicht gelesen. Ich finde das aber auch besser, weil dann einfach, dass man dann spontan loslegen kann und dann fällt einem, also bei mir geht es dann so, da fällt einem einfach mehr ein, wenn du sofort eine neue Geschichte irgendwie bekommst und du hörst sie das erste Mal und dann ergibt sich das einfach nach für nach. Das heißt, wie gesagt, ich habe es erst wirklich, sogar nach der Aufnahme erst, habe ich die Geschichten gehört und dann dazu die Geräusche und Musiken angelegt oder halt dann Musiken dazu gemacht. Spielen beim Sounddesign von Hörbüchern Regisseure eine Rolle? Ja, durchaus. Also wir haben mit unserem Regisseur, der für die Jack Devereaux auch die Regie gemacht hat, der hat sich richtig Mühe gegeben, hat davor recherchiert und hat gesagt, hat mit uns dann, ist die Sachen nochmal durchgegangen und hat gesagt, ja, passt auf, hier, da stelle ich mir das so vor und Ding. Aber er hat uns dann doch eigentlich viel Freiheiten gelassen. Er hat dann gemeint, er war auch danach dabei beim Hören, wo wir es dann uns alle angehört haben, Hans war da mit dabei. Und, aber ja, also generell ist der Regisseur auf jeden Fall notwendig bei sowas, würde ich sagen. Was wird zuerst aufgenommen? Die Geräusche, die Musiken, die Effekte oder die Stimmen? Und wann und wie entsteht diese Mischung? In unserem Fall war es so, dass wir zuerst die Stimmen aufgenommen haben, also in diesem Fall nur diese eine Stimme. Und danach geht es los mit erst die Geräusche anlegen, wobei das eigentlich ziemlich gemischt war. Manchmal geht man durch diese, die Passagen durch und dann fällt einem irgendwie ein, oh, da könnte man vielleicht ein paar Schritte machen oder im Hintergrund irgendwie bellende Hunde oder was auch immer. Und dann wiederum geht man durch eine Passage durch, wo einem sofort eine Musik vielleicht einfällt, die vielleicht passen könnte oder ein Musikbett und danach in der Mischung wird ja dann alles zusammengeführt. Und wo einem natürlich dann noch diverse Effekte einfallen, was könnte man da machen oder hier. Von daher würde ich sagen, es ist ziemlich kunterbunt. Also es gibt auch Geschichten, wo zuerst oft Musiken schon dabei sind, aber das sind dann vielleicht nur so kleine Guides, damit sich der Sprecher irgendwie so darauf einstellen kann, wie die Stimmung von der Szene jetzt im Moment ist. Aber bei uns war es so, dass erst die Stimme kam, dann die Geräusche, dann die Musiken und dann ging es in die Mischung. Haben Sie von Seiten der Produktion oder von Seiten der Autorin Vorgaben für einen bestimmten Sound oder dürfen Sie sich kreativ vollständig ausleben? Also da durften wir uns komplett ausleben. Also da hatten wir natürlich am Anfang, als das Projekt losging, hatten wir ein kleines Meeting mit allen und dann hat die Xenia und der Florian uns erzählt, um was es geht und was sie machen wollen und in welche Richtung ungefähr, haben sie zwar schon gesagt, was sie haben möchten, aber wir hatten dann eigentlich nahen Freiheit. Also wir durften wirklich machen, was wir wollen und haben es danach dann den beiden vorgespielt. Und ja, dann hat man sich halt so langsam den Sound von Jack Devereaux zusammengeschnitzt mit der Zeit. Und dann hatten wir den Sound und dann gingen wir in Serie sozusagen. Welche Musik oder eventuell auch Hörbücher hören Sie privat? Ich höre sehr gern die Drei-Frage-Zeichen, weil es die seit meiner Kindheit oder besser gesagt vor meiner Kindheit schon gab. Oder die John-Sinclair-Hörspiele musiktechnisch eigentlich kunterbunt. Von Jazz bis Rock bis Pop bis Filmmusiken sehr viele Scores. Und was sind Ihre nächsten Projekte? Das ist auch eine gute Frage. Momentan sind wir erstmal fertig mit diesen Hörbüchern, die wir jetzt da gemacht haben. Oder diese Reihe. Wobei, soweit ich gehört habe, schon irgendwie die nächsten Geschichten anstehen. Aber da sagen wir noch nichts dazu. Ja, dann ganz herzlichen Dank euch allen für dieses interessante Gespräch. Das war ein toller Einblick hinter die Kulissen von Jack Devereaux. Sehr, sehr interessant. Bleibt nur noch euch allen viel Erfolg mit dieser Serie zu wünschen. Die von Lübbe Audio ja bei allen gängigen Portalen zum Download angeboten wird. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Tauscher für den Lübbe Audio Podcast. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast. Untertitelung des ZDF, 2020